was geht ab leute wir sind hier in der red bull arena in der neuen game location von rebels gaming und ich führe euch jetzt ein bisschen rum so wir befinden uns jetzt im eingangsbereich der location gamingraum ist falsch ausgedrückt es ist eher eine gaming wohnung ist echt beeindruckend die lichter die lampen alles ansteuerbar per app für einfach eine mega coole atmosphäre und wir gehen jetzt weiter in den zuschauerbereich der befindet sich sozusagen in der mitte im herz der wohnung die farben hinter mir ihr könnt alles wechseln hinten ist jetzt rot unterlegt für rebels gaming rot blau hinter mir seht ihr noch die koni leimer karte absolute maschine in fifa wir gehen jetzt in den nächsten raum und zwar in das technische herzstück kommt mit hier findet die regie die ganze magie alles was ihr im stream seht findet hier statt hier wird alles gesteuert ja ich glaube ich wäre hier maßlos überfordert aber wir haben natürlich die richtigen leute am start kommen wir nun zum letzten raum hier findet die ganze magie an der konsole statt hier sind die spieler von rebels gaming anders lena umut und ich am zocken und wir hoffen natürlich dass wir hier möglichst viele siege erreichen werden und eine absolut gute vbl-saison spielen